Bei uns kann man die Lehre auf der öffentlichen Verwaltung machen. Es ist sehr spannend, wie man verschiedene Ämter besucht und viel Kontakt hat zu den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu lernt man viel für das Leben und für die Zukunft. Beispielsweise auf dem Einwohneramt, Steueramt, Finanzverwaltung und Sozialamt. Das Spannende ist, dass man jedes Semester die Abteilung wechselt. Ich bin Daria, bin im ersten Lehrjahr und momentan in der Finanzverwaltung. Ich bin Julia, ebenfalls im ersten Lehrjahr und momentan gerade auf dem Bauamt. Wir zeigen euch jetzt, was wir so machen auf der öffentlichen Verwaltung. Kommt doch mit! Bis zum nächsten Mal. Die Lehre der öffentlichen Verwaltung gefällt mir sehr. Da ich oft selbstständig arbeite, aber trotzdem auch im Team tätig bin. Man hat auch mit verschiedenen Menschen im Alltag zu tun. Die Aufgaben, die ich im Ratshaus mache, sind auch bestensreich und spannend. Und das Gute in der Lehre ist, dass jeden Tag eine neue Herausforderung mit sich bringt und es somit nie langweilig wird. Das Gute am Kauf von Prof. ist, dass man gute Grundausbildung hat und nach der Lehre auch gute Weiterbildungsmöglichkeiten hat. Ich begleite dich auf dem Grundbuchamt. In jeder Abteilung gibt es eine Praxisbilderin oder einen Praxisbildner, der dich in deiner Abteilungszeit begleitet. Mir ist wichtig, dir das Wissen weiterzugeben und auch deine Fortschritte zu beobachten. Ich begleite dich während der Ausbildung auf dem Sozialamt. Mir ist es wichtig, dass du dich bei uns gut aufgehoben fühlst und unterstützt. Ich schätze es sehr, wenn du auch Inputs gibst und wir im Austausch sind und es auch einmal zusammen lustig haben. Mit viel Herzblut begleiten wir unsere KV-Lernenden als Berufsbildner während drei Jahren. Sei es im Belang von überbetrieblichen Kursen, sei es in Sachen Schule, wir sind immer von euch hier. Es ist eine wahre Freude, zu sehen, wie wir euch in drei Jahren entwickeln und auch nachher über die berufliche Zukunft mit euch diskutieren können. KV ist eine gute Grundausbildung. Man kann eine Gemeinsfachschule machen, man kann sich aber auch auf einer Abteilung spezialisieren. Ich zum Beispiel mache eine Gemeinsfachschule, die ich dann im September abschliessen werde. Wenn wir dich jetzt überzeugt haben, um schnuppern zu können oder falls du noch Fragen hast, melde dich doch auf dem Rathaus. Wir freuen uns auf dich! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.